Lehrveranstaltungen vorbereiten und durchführen. Alltag an der Hochschule. Sichtbar wird Ihre Arbeit jedoch nur für die Studierenden, die ihre Veranstaltungen besuchen. In der Forschung ist es inzwischen üblich, Ergebnisse Open Access zu veröffentlichen und dadurch sichtbar zu machen. Warum also nicht auch Lehrmaterialien Open Access publizieren? Als OER. Open Educational Resources sind Lehrmaterialien, die kostenlos im Internet zugänglich sind und weiterverwendet und verändert werden können. Zum Beispiel für andere Lehrveranstaltungen. Damit das möglich ist, sind OER mit einer offenen Lizenz versehen. Creative Commons Lizenzen geben an, wie das jeweilige Material genutzt werden darf. Das zentrale OER-Repositorium der Hochschulen in Baden-Württemberg, kurz CERR, ist eine Plattform für offene Lehrmaterialien. In der Suchumgebung des CERR finden Sie OER von anderen, die Sie für Ihre Lehre nutzen können. In der Autorenumgebung des CERR können Sie Ihre eigenen Lehrmaterialien veröffentlichen. Laden Sie einen ganzen Kurs hoch oder fangen Sie erst mal klein an. Im CERR erhalten Ihre Beiträge einen unveränderlichen Link und werden damit zitierfähig. Bei Bewerbungen können Sie auf Ihre Publikationen im CERR verlinken. Damit ermöglichen Sie es anderen, sich ein Bild von der Qualität Ihrer Lehrleistung zu machen. Worauf warten Sie noch? Machen Sie Ihre Lehre jetzt sichtbar. Machen Sie die Machen Sie, die Eiweur betreiben sollten Sie auch die Entwenden volver müssen Sie einen tollen Ke increased-auen, haben Sie